Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Im folgenden Video gehen wir sehr weit zurück in die Schachgeschichte und zwar ins Jahr 1883. Wir schauen uns die Partie an zwischen Johannes Hermann Zuckertort und Joseph Henry Blackburn. Beide Spieler gehörten zu den stärksten ihrer Zeit. Zuckertort kämpfte um die WM-Krone gegen Wilhelm Steinitz im allerersten WM-Match, verlor indes. Die erste Partie dieses WM-Matches habe ich übrigens auf diesem Kanal schon gezeigt. Es ist auch eine kleine Ehrung für Zuckertort, denn er hatte am 7. September Geburtstag bzw. er wurde am 7. September 1842 geboren. Und diese Partie, die ich euch zeige, gilt als die schönste in seiner Karriere. Und bleibt dran, sie ist wirklich der Hammer. Beginnt mit C4. Englische Partie erstmal im ersten Zug. E6, E3. Letztendlich werden wir aber sehen, dass Zuckertort einen Aufbau wählt, der auch nach ihm benannt ist, nämlich das Zuckertort-System. Beginnt normalerweise eigentlich mit D4 zuerst, aber man kann natürlich auch über Zukunftstellung so einen Aufbau erreichen. Springer F6, Springer F3, B6, Läufer E2, alles normale Entwicklungszüge. Läufer B7, kurze Hochrade, D5, D4, beide Seiten stellen, bauen ins Zentrum. Läufer D6, Springer C3, kurze Hochrade. So, und jetzt B3. Da weiß, frühzeitig E3 gespielt hatte, hatte er diesen Schwarz-Fairling-Läufer eingesperrt. Möchte ihn jetzt aber natürlich über B2 entwickeln, beziehungsweise Fiat-Jetieren. Springer B7, Läufer B2. So. Beide Seiten haben jetzt an ihrer Entwicklung gearbeitet. Blackburn spielte jetzt hier Dame E7. Und das ist der erste Zug, wo ich sagen würde, das ist ein fragwürdiger Zug, weil er etwas erlaubt, was Schwarz mit dem besseren Zug A6 hätte verhindern können. A6 ist hier besser, um das Feld B5 zu kontrollieren. Und früher oder später liebäugelt natürlich Schwarz mit C5 das weiße Zentrum weiter zu attackieren. Gut, Dame E7 ist nicht unlogisch, weil es verbindet die Türme, bringt die Dame auch ins Spiel. Kleines Problem aber, und das erkannte hier, Zuckertorat ist Springer B5. Auf den ersten Blick werdet ihr euch vielleicht fragen, ja, was ist daran jetzt so gefährlich? Es ist einfach ein guter positioneller Zug, ein strategisch guter Zug, weil Weiß tauscht jetzt hier den Springer gegen den Läufer und wird danach mit dem Läuferpaar weiterspielen. Und wir werden in dieser Partie sehen, wie wichtig das Läuferpaar in vielen Stellungen ist. Springer E4 stellt einen Springer ins Zentrum. Jetzt tauscht hier Zuckertorat den Läufer ab gegen den Springer. C schlicht D6, also Springer schlicht D6, C schlicht D6. Und jetzt dieser Springer auf E4 störte, Zuckertorat und er tauscht ihn ab mit Springer D2 oder greift ihn an mit Springer D2. Auch sehr logisch. Springer DF6, F3, Springer schlicht D2, Dame schlicht D2, D schlicht C4, Läufer schlicht C4, D5, Läufer D3. Schwarz ist ein Doppelbaum wieder losgeworden und hier machen wir einen kurzen Halt. Und wir sehen den Hauptunterschied hier. Der besteht darin, dass weiß dieses Läuferpaar hat, während schwarz Läufer und Springer hat. Strukturell können wir sagen, dass es sich hier um eine symmetrische Bauernstruktur handelt. Wir haben eine offene Linie hier, die offene C-Linie. Und in der Regel ist es so, wer die einzige offene Linie auf dem Brett mit seinen Türmen besetzt, der kann darauf hoffen, einen Vorteil zu haben. Problem hier ist allerdings für schwarz insbesondere, dass die Läufer so stark sind, dass sie hier diese Einbruchsfelder kontrollieren, auch die Dame. Das heißt, auch wenn schwarz die Türme auf der C-Linie verdoppelt jetzt, weiß kontrolliert diese Einbruchsfelder. Trotzdem spielte hier Blackburn etwas schematisch Turm FC8 und stellte den Turm auf die offene C-Linie. Konkret wäre es viel besser gewesen, A5 zu spielen mit zwei Ideen. A, mit A4 versuchen am Damenflügel Gegenspiel zu generieren und B, wenn weiß unvorsichtig ist, dann können wir den schwachen Läufer hier auf B7, der ja im Prinzip nur auf seine eigenen Bauern schaut, über A6 gegen den schönen weißen Läufer abtauschen. Das ist hier ein klassisches Motiv. Das kennt man aus der französischen Verteidigung, das kennt man aber auch aus vielen Damenbauernspielen, auch aus dem Londoner System. Schwarz versucht seinen schlechten Läufer über A6 abzutauschen. Also A5 wäre hier gut gewesen. Wenn man die Stellung tiefer analysiert, geben die Engines trotzdem weißen Vorteil an, zum Beispiel nach A4 mit der Idee Läufer A3, um den Läufer zu aktivieren. Aber ich will jetzt nicht noch tiefer hier in diese Stellung eindringen. Weiß hat auch hier Vorteil, aber nicht so großen wie in der Partie. Turm FC8. Turm AE1, sehr stark gespielt von Zucker dort. Die C-Linie überlässt er einfach komplett dem Gegner und sagt, pass auf, ich werde hier im Zentrum spielen und dich im Zentrum unterm Königsflügel attackieren. Schwarz spielt Turm C7, weiterhin seinen schematischen Plan, möchte die Türme verdoppeln auf der C-Linie. E4. Weiß hat jetzt schon ein schönes Bauernzentrum und schiebt jetzt die Bauern im Zentrum vor. Turm AC8, wie ich schon erwähnte, das sieht gefährlicher aus, als es wirklich ist, weil Weiß kontrolliert diese beiden Felder C2 und C3. Die schwarzen Türme können dann nicht so ohne weiteres eindringen. E5 schiebt die Bauern weiter vor, gewinnt dadurch auch mehr Raum. Der Springer muss zurück. Und F4. Wir sehen, Weiß hat es geschafft, hier ein schönes Bauernzentrum zu bilden. Und der liebäugelt natürlich mit dem Zug F5, um weiter am Königsflügel zu attackieren. Schwarz spielt G6, versucht das Ganze zu blocken, zu stoppen. Das ist eine typische Stellung, wo man versuchen muss, irgendwie F5 zum Laufen zu bringen, früher oder später. Man könnte hier mit G4 fortsetzen, mit der Idee F5. Aber hier könnte Schwarz selbst F5 spielen und das wäre gar nicht so klar. E schlicht F6, Springer schlicht F6. Das Problem ist hier, dass der blöde Bauer auf G4 hängt und Springer E4 hier möglich wird. Zuckertort spielte stattdessen Turm E3. Das ist konkret etwas besser, weil der Turm auf der dritten Reihe auch aktiv werden kann. Blackburn reagierte trotzdem mit F5. Er wollte das Ganze blockieren am Königsflügel. Und hier, ab hier spielt Zuckertort wirklich sehr, sehr stark. Findet konkret, im Prinzip bis zum Schluss die besten Züge hier. Spielt E schlicht F6, öffnet die Stellung, Springer schlicht F6. Und jetzt extrem stark hier, F5. Das funktioniert super stark hier, weil, funktioniert sehr gut, weil der E-Bauer ist gefesselt auf der E-Linie, der Schwarze. Das heißt, Schwarz kann nicht wirklich auf F5 nehmen. Er spielt der Springer E4. Dort steht der Springer natürlich prächtig. Wir schauen uns trotzdem einmal an, was passiert auf G schlicht F5, wenn er so nimmt. Dann kommt natürlich Läufer schlicht F5. Der E-Bauer ist gefesselt. Springer E4 natürlich. Läufer schlicht E4, D schlicht E4. Und jetzt Turm G3 Schach. Und deswegen war es so stark auch, den Turm auf die dritte Reihe zu spielen, statt G4 zu spielen zum Beispiel. Und hier ist es sofort verloren. König A8 und jetzt D5 Schach. Plötzlich wird der Läufer auf B2 demaskiert und Schwarz kann nichts machen. E5 ist der einzige Zug und D6 ist jetzt einer von vielen Zügen, die gewinnen. Bauerngabel auf die schwarzen Schwerfiguren plus Schwarz hat Probleme, den Bauern E5 zu verteidigen. Es ist verloren. Deswegen besser Springer E4, den Springer ins Zentrum stellen. So, dieser Springer ist zu stark. Den tauscht Blackburn, äh, Zuckertort. Läufer schlicht E4, D schlicht E4. Und jetzt öffnet er weiter die Stellung hier. Gut, ihr müsst überlegen, jetzt ist der weißfelderige Läufer weg und Blackburn, ähm, liebäugelte damit, hier mit dem Turm auf die zweite Reihe einzudringen und Dame und Läufer anzugreifen. Das sieht gefährlich aus. Und deswegen musste Zuckertort auch sehr gut rechnen und das tat er auch. Er nahm auf G6 raus und ließ Turm C2 zu. Das sieht gefährlich aus. Aber jetzt kommt G schlicht H7 Schach und der Angriff dringt durch. Ja, wo kann der König hin? Nach H8. Man beachte hier, der Turm hat ja eine offene F-Linie. Der muss nach H8, der König. Gut, Dame schlicht H7, können wir uns ja noch kurz anschauen. Dann kommt Turm G3 Schach, König H8 und jetzt D5. Schon wieder dieses Motiv hier. Der Läufer wird demaskiert. Entscheidende Schach. Die Dame deckt den Läufer indirekt. Also wenn Schwarz hier schlägt, dann kommt natürlich Dame schlicht B2. Das gleiche in Grün. Und Schwarz verliert. Was haben wir hier noch nach G schlicht H7? Gut, König schlicht H7 ist genauso verloren wegen Turm H3 Schach. Und dann wird der schwarze König, der schwarze König natürlich hier. Der wird das nicht überleben, logischerweise. Weil die ganzen weißen Schwerfiguren hier reinkommen. Das ist verloren. Logisch ist, was Blackburn gemacht hat. Er stellt sich hinter den weißen Born und versucht hier sich noch zu, ja, zu verstecken. Aber natürlich folgt hier auch, was wir schon gesehen haben, D5 Schach. Auch so wird der weiße Läufer demaskiert. Schach. E5, der einzige sinnvolle Zug, um das Schach zu blocken. Und hier seid ihr kurz gefragt. Hier dürft ihr mal selbst ausholen und gucken, was ist der beste Zug. Es gibt hier einen besten Zug und der gewinnt. Aber auch nur dieser eine Zug. Und den hat Zuckertort auch gefunden. ist ein typisches taktisches Motiv. Weißgewinnchen mit dem Zug. Dame B4. Lenkt die schwarze Dame ab. Und greift sie natürlich auch gleichzeitig an. Wir schauen, was passiert, wenn Schwarz das Geschenk annimmt. Dame schlicht B4. Dann folgt natürlich Läufer schlicht E5 Schach. Und weiß setzt einen Gegner forciert matt. König schlicht A7. Turm A3 Schach. König G6. Das ist jetzt eine von vielen Varianten. Turm G3 Schach. Der König muss auf die F-H-Linie. Turm F6 Schach. König A5. Turm F5 Schach. König A6. Läufer F4 Schach. König A7. Und am Ende wird der schwarze König auf diese typische Art und Weise mit diesem Treppenmatt matt gesetzt. Es gab auch wirklich keine Verteidigung hier. Also wir gehen mal zurück nach Dame B4. Schwarz darf die weiße Dame nicht nehmen. Und Dame G7 können wir uns noch kurz anschauen. Da folgt Turm G3. Greift die Dame an. Und das Problem ist, die schwarze Dame kann diesen Bauern hier nicht mehr decken. Und wenn sie wegzieht, wird der Läufer hier schlagen und den König angreifen, entscheiden. Und das ist verloren. In der Partie kam deswegen auch Turm 8 C5. Blockt die weiße Dame ab. Und hier greift Schwarz weiterhin den Turm an. Und hier geht es wirklich sehr, sehr schön weiter. Und das zeigt auch, wie gut Zuckertort hier gerechnet hatte. Er spielte Turm F8 Schach. Der beste Zug und auch der einzige, der gewinnt. Greift den König an und lenkt wieder die schwarze Dame ab. König schlicht F8 folgt natürlich wieder Läufer schlicht E5 Schach. König schlicht A7. Und jetzt Dame schlicht E4 Schach. Und offensichtlich ist der schwarze König völlig alleine gelassen. König A6, Turm A3 Schach, König G5. Er wird matt gesetzt. Turm G3 Schach, König A5, Dame G4 Schach. Und hier beliebig Dame G6 Schach am Ende. Einfach, weil der schwarze König komplett alleine gelassen ist. Keine Schutz mehr. In der Partie ging es weiter mit König schlicht A7. Hier folgt natürlich Dame schlicht E4 Schach. König G7. Hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten zu gewinnen. Turm G3 gewinnt aber. Zuckertort wählte Läufer schlicht E5 Schach. Er hat alles vernünftig berechnet. König schlicht E8. Opfert hier den Turm. Und jetzt seid ihr nochmal dran. Wie gewinnt ihr weiß. Ihr könnt gerne nochmal schauen. Ja, Turm F3 Schach. Ist nicht so klar wegen König E8. Könnte auch gewinnen. Aber Dame G6, König D8, Läufer F6. Könnte sein. Aber es gibt hier natürlich Gegenschach. Das muss man rechnen. Sehr einfach gewinnt hier Läufer G7 Schach. Schöner Abzugsangriff. Wenn die Dame den Läufer nimmt, dann ist es Dame E8 matt. Wenn er König nimmt, gut, dann hängt einfach die Dame hier mit Schach. Und danach wird es matt hier auf der G- und H-Linie. In der Partie spielte Blackburn König G8 und gab einfach die Dame. Aber gut, und gab direkt danach auf, weil es ist offensichtlich, dass Schwarz hier keinen Gegenangriff hat gegen den weißen König. Er hat großen materiellen Nachteil. Und deswegen gab er auf. Klar, dieses Schach hier kann man einfach mit Turm E1 blocken oder mit dem König einfach rausrennen. Der König steht halt sicher auch hier auf G3. Dem passiert nichts. Deswegen gab Blackburn völlig zu Recht auf nach. Dame schlicht die Sieben. Das ist die Endstelle. Ja, eine wirklich sehr, sehr schöne Partie von Johannes Hermann Zuckertort. Und ein bisschen verspätet. Eine kleine Ehrung für diesen Schachspieler, der zu den besten Schachspielern seiner Zeit gehörte. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Und falls ihr weitere Partien von alten Meistern sehen wollt, dann klickt einfach hier auf meine Playlist. Dort habe ich viele weitere Partien gesammelt. Vielen Dank fürs Zuschauen.